Hallo und herzlich willkommen zu Festool TV. Mein Name ist Frank und in der heutigen Folge geht es um staubfrei mit Akku. Was heißt das konkret? Ich habe hier den Akkusystemer-Sauger und hier die Handkreissäge mit Führungsschiene. Und so könnte es zum Beispiel aussehen, wenn ich jetzt hier auf die Baustelle gehe und Arbeiten zu erledigen habe, wo ich ja keine Kabeltrommel benötige, keine Steckdose, wo ich alles hier an Power, an Energie mit mir dabei habe. Schauen wir uns den kleinen Sauger mal genau an. Und diesen Sauger bieten wir einmal in der Staubklasse M an und in der Staubklasse L, also für beide Anwendungsbereiche den richtigen Sauger. Der Sauger hat hier im vorderen Bereich zwei kleine Aufnahmen und hier kann ich die 18 Volt Akku-Packs einschieben. Und hierfür habe ich natürlich auch wieder einen Systemer, wo die Akku-Packs dann drin sind. Und das Schöne daran ist, ich kann hier diesen Sauger mit diesem Systemer koppeln, weil er ja die gleiche Größe hat und bin hier wiederum sehr mobil, kann das Ganze sehr kompakt miteinander verbinden. Schauen wir uns mal an, was wir hier jetzt alles drin haben in unserem Energiesystemer. Zwei 18 Volt 4,0 Ampere Akku-Packs, die ich hier in den Sauger montiere und was mir besonders gut gefällt, hier das Ladegerät, ein Doppel-Ladegerät, wo ich hier zwei Akku-Packs von der Größe 4,0 bis hoch zu 6,2 laden kann. Schöner Vorteil, um hier das Ganze schön aufbewahrt zu haben. Schieben wir mal die ganzen Akku-Packs, die wir hier jetzt dabei haben, in diesen Schacht hier rein. Wird einfach hier eingeschoben. Zum Entfallen einfach hier wieder draufdrücken, kann man wieder rausnehmen, das Ganze sehr komfortabel. Was man beachten muss, hier kann ich diese 4,0 Ampere Akku-Packs einsetzen. Die 5,2 Akku-Packs oder größer funktioniert hier nicht, also ausschließlich für die 4,0 Ampere Akku-Packs. Auch wichtig zu wissen, ich bekomme immer die Frage, gibt es hier vielleicht Adaptionen, dass man hier ein Stromkabel dran machen kann. In dem Fall haben wir uns entschieden, hier einzig mit diesen Akku-Packs zu arbeiten und kein Stromkabel zu verwenden. Schauen wir uns das Ganze mal im vorderen Bereich an. Wir haben also hier den Einschalter, sodass das ganze System mal eingeschaltet ist und wir haben hier den manuellen Einschalter. Ich habe hier dann die Möglichkeit, meine Saugkraft noch zu regulieren, größer oder kleiner zu machen und ich habe hier die Möglichkeit, eine Bluetooth-Verbindung zu aktivieren. Denn im Lieferumfang ist ebenfalls diese kleine Fernbedingung dabei. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, drücke ich hier drauf. Es ist automatisch verbunden und ich kann hier über diese Fernbedingung den Sauger starten und das ist immer von Vorteil, wenn ich zum Beispiel auf der Leiter oben arbeite oder wenn ich hier Reinigungsarbeiten durchführe, dann kann ich hier sehr komfortabel das Ganze einschalten. Und loslegen. Wir haben hier die Saugkraft, die ich hier individuell einstellen kann und er fängt auch zum Piepsen an, wenn hier der Volumenstrom nicht mehr gegeben ist bei der M-Version. Die M-Version, ich denke, die meisten von euch wissen es, überall dort, wo Holz verarbeitet wird, Buche, Eichestäube hauptsächlich und natürlich mineralische Stäube zum Einsatz kommen. Was gibt es noch zu sehen hier? Wenn wir uns mal das Ganze hier anschauen, dann haben wir hier eine Düse für die Teppichreinigung oder Polstermöbelreinigung beim Fahrzeug zum Beispiel oder hier eine Fugendüse, wo auch sehr gern eingesetzt wird bei der Küchenmontage. Und für solche Anwendungen ist natürlich dieser kleine Sauger hier ideal zu gebrauchen. Die Frage kommt natürlich auch immer wieder, wenn ich hier mit Akku arbeite, wie lange kann ich denn hier überhaupt arbeiten mit so einem 2,4,0 Ampere Akkupax 18 Volt? Wir haben hier eine 36 Volt Turbine verbaut und die bringt eigentlich schon einiges an Leistung. Wir haben hier 2400 Liter in der Minute Volumenstrom, wo hier ständig gesaugt wird, also sehr hohe Volumenstromzahl. Dann haben wir hier 18.000 Pascal Unterdruck, kann also mit einer Kabelversion absolut mithalten. Wir können hier zwischen 15 oder bis 25 Minuten arbeiten mit diesem Sauger. Dann müssen wir den Akkupack wechseln. Jetzt sagt der eine oder andere, 25 Minuten, das ist ja gar nichts. Aber hier müssen wir ganz klar auf die Anwendung verweisen. In diesen 25 Minuten kann ich zum Beispiel mit dem BHC, mit dem Bohrhammer in Beton über 50 Löcher reinbohren. Oder ich kann hier 20 Türen mit der Handkreissägeführungsschiene ablängen. Oder ich kann hier, wenn ich den Arbeitsplatz säubern möchte, mit meinem Reinigungsset, das wir hier sehen, circa 120 Quadratmeter Boden vom Staub befreien. Und ich denke, das ist schon eine Menge. Und wenn man bedenkt, dass ich hier vielleicht noch zwei Akkupacks drin habe, mit denen ich dann auch weiterarbeiten kann und mit dem Doppellader ich dann wiederum das Ganze vollladen kann, denke ich, ist das optimal. Für den einen oder anderen ist vielleicht dieses Ganze jetzt hier immer noch zu groß. Auch hier haben wir eine Lösung, denn ich kann das natürlich auch kleiner machen. Dazu werde ich als erstes mal diese Gürte hier anders positionieren. Das heißt, ich bringe die jetzt mal hier in diese untere Position. Einmal hier und einmal hier oben. Die werden einfach über so einen Clips gedrückt. Kann man sie rausschieben und dann hier im unteren Bereich wieder einschieben. Dann klickst du es ein und so kann es sich auch wieder demontieren. Das ist relativ einfach. Dann entferne ich mal hier den Saugschlauch. Der wird einfach über das konische Stück wieder herausgenommen. Und nun kann ich diesen oberen Teil, also dieses Depot, dieses Saugschlauchdepot über das T-Lock-System entfernen. Und ihr seht, wir haben jetzt hier ein Loch. Und wenn wir es jetzt natürlich transportieren würden ohne Saugschlauch, würde hier der ganze Staub rausfallen. Auch hier haben wir uns etwas einfallen lassen. Und zwar diese Gummilasche, die hier befestigt ist. Die wird dann einfach hier aufgesetzt und schon ist das Ganze hier dicht. Und somit kann kein Staub mehr rausgehen. Aber natürlich hier ist der Platz für den Saugschlauch in der 27er Größe. Der wird dann hier aufgesetzt. Und das Ganze kann jetzt natürlich wieder über die Schulter gehängt werden. Und somit habe ich hier natürlich wieder ideales Arbeiten einmal auf die Fernbedienung gedrückt. Und dann kann ich hier Löcher bohren an der Wand oder an der Decke. Wie schon gesagt, entweder über die Fernbedienung oder hier über dieses Display kann ich das Ganze dann bedienen. Schauen wir uns mal den Sauger innen an. Und hier habe ich die Möglichkeit über das T-Lock System das Ganze sehr komfortabel innen praktisch zu wechseln. Sprich, wenn ich jetzt hier einen neuen Filtersack einsetzen möchte. Der hat übrigens 3,5 Liter der Filtersack. Der Behälter selber hat 4,5 Liter. Wo ich hier befüllen kann. Das geht sehr einfach. Ihr seht es. Wird dann einfach eingesetzt und wieder arretiert. Ich kann natürlich aber auch einen Long Life Filtersack nehmen. Der sieht dann so aus. Der ist immer wieder verwertbar. Wird dann hinten mit dem Glättverschluss geöffnet und kann dann entdeckt werden. Aber hier Achtung. Es ist nicht zugelassen für M-klassifizierte Sauger. Sondern ausschließlich für die L-klassifizierten Sauger. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich hier jetzt wieder über der Mülltonne das Ganze ausschüttle und hier die Stäube inhaliere. So sieht es aus. Das Ganze kann ich wieder sehr schnell zumachen und bin dann wieder einsatzbereit. Wie das jetzt auf der Baustelle aussieht beim Handwerker, das haben wir mal aufgenommen im kleinen Video. Kommt einfach mal mit. Ich zeige es euch mal. Hier sind wir nun auf der Baustelle beim Maler, der auf dem Gerüst oben hier Wetterbretter schleift. Im Einsatz hier der kleine Systemersauger hat er sich mit dem Tragegurt praktisch umgehängt. Und ihr seht, das ist natürlich ideal hier auf dem Gerüst mit dem kleinen Systemersauger. Er braucht hier keine Verlängerungskabelzähne. Er ist absolut autark und das ist natürlich top mit dem Schleifgerät und dem Sauger hier zu arbeiten. Tolle Einblicke auf der Baustelle mit dem Akku Systemersauger. Übrigens, wir werden in den nächsten Folgen auch die CT Mini MIDI in der Akku Version noch vorstellen. Also die nächsten Folgen bitte auch anschauen. Und übrigens, alles was ich hier jetzt gezeigt habe, ist wieder unten schön verlinkt für euch, sodass ihr hier nochmal eine schöne Übersicht habt. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich freue mich auf mein nächstes Mal. Bis der neue Frank! Wenn ich mich gerade befreende. Dann Cred 56